Bist du glücklich? Der Schlüssel zum Glück, den suchen die Menschen seit Urzeiten. Was ist es denn, Glück? Wo ist es denn? Ist es das Streben nach mehr, nach etwas, was man jetzt noch nicht hat? Macht einem der Lebenspartner glücklich? Oder wenn man endlich Kinder hat, wird man glücklich? Oder wenn man endlich Erfolg hat, wird man glücklich? Oder wenn das Konto endlich gesund ist, ist man dann glücklich? Oder wenn man das Auto hat oder endlich die Wohnung, ist man dann glücklich? Was ist Glück? Und wo ist es? Und interessant ist es, dass immer dann, wenn man wartet drauf auf das Glück in der Zukunft, also immer dann, wenn man sagt, wenn ich das habe oder wenn ich das bekomme, dann bin ich glücklich. Aber das ist immer ein Warten. Und diesem Warten ist immer Mangel hinterlegt. immer, jetzt habe ich es noch nicht. Ich muss noch warten. Aber wenn ich dann das habe, was ich mir dann wünsche, dann habe ich wieder einen Wunsch, wo ich sage, ja, wenn ich das auch noch hätte, dann wäre ich dann glücklich. Der Schlüssel zum Glück. Ganz einfach. Glück bedeutet nicht, das zu bekommen, was ich will, sondern das zu wollen, was ich habe. Du kannst jetzt sofort glücklich sein. Dann bin ich die Tag an. Untertitelung des ZDF, 2020